Das UKSH mit seinen Standorten in Lübeck und Kiel ist das zweitgrößte Universitätsklinikum in Deutschland. Als einziger Maximalversorger in Schleswig-Holstein sind wir unverzichtbar für die Menschen hier im Land. Die Partnerschaft mit Philips ist für uns die Grundlage für eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite möchten wir in der Forschung gemeinsam mit Philips neue innovative Produkte weiterentwickeln. In der Lehre ist es uns wichtig, dass wir an modernsten Geräten ausbilden und dabei auch die Unterstützung eines Industriepartners haben. Wir arbeiten gemeinsam an Lösungskonzepten, die uns in der Patientenversorgung voranbringen werden. Die Voraussetzung dafür sind extrem engagierte Mitarbeiter, klar strukturierte Prozesse und natürlich auch modernste Technik. Wir haben uns bewusst für das C90 entschieden, weil wir überzeugt sind, dass wir an dem System mehr Patienten untersuchen können als mit den bisherigen Systemen und darum haben wir uns entschieden auch die Gesamtzahl der konventionellen Röntgensysteme am Campus zu reduzieren. Das ist natürlich gerade aus wirtschaftlichen Aspekten ein riesen Vorteil. Eine Ein- und Umgewöhnung, muss man wirklich sagen, gab es kaum, weil wir vorher schon am Digitaldiagnost gearbeitet haben und die neuesten Technologien, die dort jetzt eingearbeitet sind, sind sowas von selbsterklärend, dass es da keine Schwierigkeiten gab. Bei Fragen an dem Digitaldiagnost können wir uns an die Medizintechnik wenden. Wir haben den großen Vorteil hier im UKSH, dass wir einen Medizintechniker von der Firma Philips vor Ort haben, der für uns jederzeit zur Verfügung steht. Wir haben tatsächlich mit dem neuen Gerät unseren Ablauf hier im UKSH verändert. Die Wartezeiten für die Patienten sind sehr viel kürzer geworden, da wir einen größeren Durchfluss an Patienten schaffen. Gleich zu Beginn der Untersuchung steht der Name des Patienten auf dem Welcome Screen. Der Patient fühlt sich willkommen und es gibt uns natürlich die Sicherheit, genau den richtigen Patienten dort zu haben. Der Touchscreen macht das Arbeiten leichter. Wir bleiben länger am Patienten, weil die Bildschirmoberfläche uns erlaubt, die Features für die Aufnahme dort einzustellen. Auch die auf der Eleva hinterlegten Organprogramme erleichtern uns die Arbeit. Die Live-Kamera gibt uns die Möglichkeit, die Positionierung zu optimieren. Manchmal sind es nur minimale Bewegungen, die man so auf Entfernungen nicht unbedingt wahrnehmen würde. Die Live-Kamera hilft, dass wir weniger Wiederholungsaufnahmen haben. Philips bietet innovative Produkte, die eine hohe Zuverlässigkeit im klinischen Alltag haben. Das perfekte Bild machen glaube ich viele Systeme, aber viel entscheidender ist es und da gibt es viel größere Unterschiede zwischen den Anbietern, wie der Service ist und wie der Support ist, diese Technik auch wirklich in der klinischen Routine zur Anwendung zu bringen. Ich würde das Digital Diagnost C90 uneingeschränkt weiterempfehlen. Es ist ein System, was zuverlässig funktioniert, innovative Technik bietet und sich bei uns in der Patientenuntersuchung auch bei hohem Patientendurchsatz bestens bewährt hat. das war für Ganzen. Und dasula, glaube ich, auch mal braucht. Vielen Dank.